Hallo, ganz neu, heute bei mir eingetroffen, das DHB Plus Digit Radio 300 von TechniSat. Das habe ich bei Facebook auf der Seite von Rockland SM gewonnen, kürzlich. Gestern abgeholt, heute wird es ausgepackt. Was ist drin? Bedienungseinleitung, in Deutsch. Garantieurkunde, ganz wichtig, denn wenn man das Gerät auf der Webseite registriert, bekommt man nicht nur zwei, sondern sogar drei Jahre Garantie. Und dann, das dreht natürlich nicht mehr. Kommt noch mal leer. Gut verpackt. Da klappert nichts drin. Da ist es. Was kann das? Ich kann damit Rate hören im DHB Plus Netz und auf UKW. Es hat ein Equalizer drin. Antenne. So geht es von hinten aus. Kopfhörer kann ich hier anschließen. Kabel ist fest installiert am Gerät. Nichts mit Rossi. Das war übrigens das Problem, was ich jetzt bei meinem letzten Internetradio, die von Abox hatte. Nach ein paar Jahren war der Stecker auf Radioseite defekt. Deswegen musst du auch ein neues her. Ja. Ansonsten. Klein, handlich. Wiegt trotzdem fast zwei Kilo. Kann man sich bei dem kleinen Gerät fast gar nicht vorstellen. Antenne kann man einklappen. Geht dann nach hinten. Und wird hier hinten dann befestigt. Alles weitere gibt es dann in den nächsten Wochen ausführlich im Test. Ich bedanke mich nochmal bei Rockland FM, dass ich das schöne Gerät gewonnen habe. Das Techniset Digitradio 300. Schauen wir mal, wie es sich schlägt. Okay. Okay. Jetzt Herr Busschen. Was ist es so nicht wichtig für die Gerät. Das ist